Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fouillé-Reihen. Ja, die letzten anderthalb Minuten des letzten Videos sind leider ein Stubb-Film geworden, weil nach Eingabe des Minus ist halt gemutet gewesen, weil Minus der Mute-Key für OS ist. Ich habe den jetzt mal rausgenommen, damit wir mal in Zukunft frei tippen können. Ist aber auch nicht mehr viel wahnsinnig passiert. Ich habe halt nur nochmal gesagt, das ist ungefähr die Form, die diese Funktion hat, die wir erwarten würden. Es ist jetzt hier nicht normiert, aber das ist auch kein Drama, dass das nicht normiert war. Gut, also wir wollen jetzt zeigen, dass dieses Rho in D-Schlange ist. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen zeigen, dass es C-unendlich ist auf R. Wir müssen zeigen, dass es größer gleich 0 ist. Das ist trivial wegen der Exponentialfunktion. Wir müssen zeigen, dass es kompakten Träger hat. Das ist trivial nach Definition. Und wir müssen zeigen, dass das Integral 1 ist. Das ist nach Definition so sowieso schon gegeben, weil das C entsprechend normiert ist. Oder das Integral durch das C so normiert ist. Ja, das heißt, die wesentliche Arbeit ist hier zu zeigen, dass es C-unendlich ist. Und da ist auch im Wesentlichen nur schwierig, das in plus minus 1 zu machen, weil außerhalb ist es nur eine Verkettung von C-unendlich-Funktionen. Die sind automatisch wieder C-unendlich. Aber bei 1 und minus 1 haben wir halt im Exponenten 1 durch 0 stehen. Und da muss man halt mal einmal diffiziler reingucken. Das geht aber relativ einfach mit einer Induktion. Weil was heißt C-unendlich? C-unendlich heißt Ck für alle k. Das heißt, wir fangen einfach mal an zu beweisen, dass diese Funktion hier in der Schlange ist. Das ist übrigens auch eine nette Übungsaufgabe gewesen, wenn wir in einer kleinen Anleitung. Aber das ist alles soweit jetzt kein Drama. Also was habe ich gerade schon mal zusammengefasst? Das ist zunächst mal natürlich Rho größer gleich 0, da die Exponentialfunktion nicht negativ ist. Das Ding hat kompakten Träger, nämlich genau minus 1,1. Also Sub-Rho ist in minus 1,1 enthalten. Das ist sogar eigentlich minus 1,1, wenn man es abschließt, aber das ist ja burscht. Und was auch sofort klar ist, das habe ich gerade schon argumentiert, Rho ist in C-unendlich auf R ohne plus minus 1. In den Stellen müssen wir halt hingucken. So, jetzt ist so eine Sache. Für die Ableitungen erhält man jetzt induktiv eine Darstellung. Mit geeigneten Polynomen. Ja, man kann sich halt irgendwie hinschreiben, was sind die Ableitungen von diesen Exponentialfunktionen? Ja, im Wesentlichen immer die Exponentialfunktionen selber. Dann werden irgendwelche Potenzen von 1 durch t² minus 1 dazukommen. Und diese inneren Ableitungen mit der Quotientenregel werden irgendwelche Polynome werfen. Und ganz allgemein sieht das Ganze dann so aus. Induktiv kriegen wir heraus, dass die Karte Ableitung von Rho gegeben ist durch pk von t durch t² minus 1 hochzahlen mk mal die Exponentialfunktion selber. Und das c haben wir in das Polynom gesteckt. Und das Ganze gilt für Betrag t kleiner als 1 und für k aus n mit geeigneten Polynomen pk und Exponenten mk. Ja, die sind dann aus n0 und dann hast du das. Die Details hierzu sind eine Übung. Und das ist wirklich eigentlich ein simpler Anna. Also die Aufgabe würde ich auch ohne schlechtes Gewissen in einer Anna 2 Vorlesung stellen. Weil das ist halt einfach nur, man muss halt Quotientenregel anwenden, Induktion anwenden und dann überlegen, ja gut, okay, da wird wahrscheinlich im Grad immer einer dazukommen, wenn ich multipliziere. Okay, genau, das heißt aber insbesondere ist unser Rho stetig auf R, weil wir nämlich in die 0 reinlaufen im Grenzwert. Also insbesondere Rho stetig auf R. Gut, jetzt muss man halt Induktiv zeigen, dass Rho in ck von R ist für alle k aus n0. Und das machen wir halt, indem wir im Wesentlichen mal eine Stufe annehmen, also Rho in ck und dann den Mittelwertsatz anwenden. Das ist so die grobe Richtung. Also wir zeigen, Rho ist in ck von R für alle k aus n0. Wenn wir das haben, dann haben wir natürlich Rho in c unendlich. Also, Induktionsanfang ist k gleich 0. Das haben wir aber hier bereits abgehakt. Das ist ja gerade die Stetigkeit. Gut, als Voraussetzung geben wir uns jetzt, dass für irgendein k aus n0 bereits Rho aus ck von R gezeigt sei. Und dann müssen wir das jetzt irgendwie eine Stufe höher ziehen. Das heißt, wir müssen jetzt zeigen, dass Rho auch in ck plus 1 ist. Das ist der Induktionsschritt. k nach k plus 1. Jo, und was wir jetzt machen, ist, wir nehmen einfach den Mittelwertsatz und hauen mit dem auf die Karteableitung. Also, für ein h ungleich 0 wenden wir den Mittelwertsatz an. Und erhalten 1 durch h, also Differenzenquotient jetzt im Wesentlichen, Rho k, also die Karteableitung, an der Stelle plus minus 1 plus h. Wir machen es gleich für plus und minus 1, weil das erinnert sich im Argument nichts. Ich möchte nicht doppelt schreiben. Und wir ziehen ab Rho, die Karteableitung davon, an der Stelle plus minus 1. Das ist jetzt, und da ist der Mittelwertsatz, die K plus erste Ableitung an der Stelle plus minus 1 plus Theta h für irgendein Theta zwischen 0 und 1. Warum dürfen wir das machen? Naja, wir wissen ja schon, dass das Rho überall außerhalb von plus und minus 1 c unendlich ist. Das heißt, da dürfen wir ohne Probleme auf die K plus erste Ableitung springen. Und hier sind wir ja außerhalb von plus minus 1. So, jetzt ziehen wir h gegen 0. Also Grenzübergang h gegen 0. Und da können wir jetzt natürlich auf beiden Seiten schauen, was passiert. Das hier hinten geht gegen die K plus erste Ableitung an der Stelle plus minus 1. So, also das ist quasi der Teil hier. Und die linke Seite hier oben, die konvergiert gegen 0, weil ja das Rho schon in CK ist. Das heißt, der Grenzwert hier existiert. Das heißt, das hier ist gleich 0. So, damit existiert dann allerdings logischerweise auch der Grenzwert der K plus ersten Ableitung. Das heißt, hier haben wir jetzt gezeigt, dass das Rho in CK plus 1 von R ist. Und damit folgt jetzt insgesamt, dass das Rho in C unendlich von R. Und wie gesagt, die Normierung des Integrals ist nach Konstruktion gegeben, weil wir ja gerade das C in der Definition so gewählt haben, dass gerade das Integral hier dann nicht auch wirklich 1 ist. Sonst müsste man jetzt hier natürlich noch was nachfeuern. Ist aber hier nicht nötig. Gut. Das heißt, Stand jetzt wissen wir, es gibt C unendlich Abschneidefunktionen und die kann man im Prinzip nett konstruieren. Ich habe hier oben für die Definition von Rho von T noch so ein kleines, so eine andere Form einfach, wie man das wieder mal mit so einem Indikator zusammenziehen kann, weil ich das ganz gerne verwende mittlerweile, weil das einfach einige Sachen kürzer macht, weil ich mir diese Klammern spare. Ich kann hier nämlich oben auch schreiben Rho von T gleich. Dieses C. Dann muss natürlich diese Exponentialfunktion kommen. Und dann brauchen wir aber noch einen Indikator, der halt dieses 0 hier ausschlägt. Und dann nehmen wir einfach das Intervall, wo diese Funktion nicht 0 ist. Das heißt, wir nehmen den Indikator von dem offenen Intervall minus 1,1 von T. Das wäre einfach nochmal eine andere Darstellung für das Rho von T. Und so steht sie dann auch im Skript. Aber das ist jetzt nur so am Rande. Einfach nur, dass man es mal gesehen hat. Genau. Ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Wir wollen verstehen, warum Abschneidefunktionen so aussehen. Also warum diese Grenzen hier richtig sind. Und warum die Rho-Epsilon so aussehen, wie sie dann aussehen. Und um diese Eigenschaften der Abschneidefunktionen zu verstehen, müssen wir halt diese Rho-Epsilons verstehen. Weil die Abschneidefunktion entsteht ja dadurch, dass ich die Rho-Epsilons falte. Und dementsprechend, wenn ich nicht weiß, wie die Rho-Epsilon sich verhalten, dann habe ich keine Chance, die Abschneidefunktion zu verstehen. Das heißt, wir formulieren jetzt zunächst Eigenschaften der Rho-Epsilon. Und dann aus diesen Eigenschaften für die Abschneidefunktion abzuleiten. Und das ist jetzt nämlich der Inhalt von Satz 5.5. Und zwar für solche Funktionen Rho-Epsilon, wie sie in 5.3 definiert sind, gelten folgende Aussagen. Erstens. Diese Rho-Epsilon sind wieder zählen und endlich Funktionen auf R. Was nach Definition ja auch nicht schwierig ist, weil ich ja einfach nur mit N durch Epsilon durchskaliere. Zweitens. Diese Rho-Epsilon sind selber wieder nicht negativ. Also weit so die einfachen Eigenschaften, weil die Rho-S waren nicht negativ. Die in D-Schlange. Dritte Eigenschaft. Der Träger von diesem Rho-Epsilon verkleinert sich auf Minus-Epsilon-Epsilon. Oder vergrößert sich, je nachdem, was Epsilon ist. Und viertens. Das Integral über den ganzen Raum, über die Soche Epsilon, bleibt 1. Das heißt, insbesondere diese Darstellung, die ich hier gemalt habe, ist nicht ganz akkurat. Auch wenn ich sie jetzt so ein bisschen retten könnte. Aber hier sehen wir, hier haben wir ja zum Beispiel Epsilon gleich 2. Das heißt, hier müsste sich der Träger erweitern noch auf 2. Und hier passt es, also, wir haben einfach mal die Zahlen um. Hier hätten wir dann Rho-Eins. Wenn das da oben Rho-Einhalb ist, ist das hier dann vielleicht Rho, weiß ich nicht, ein Drittel. Äh, zwei Drittel. Hier vielleicht den Träger abgeschnitten. Und bei Rho-Einhalb hätte man dann einfach hier den Träger abgeschnitten. Also der zieht sich zusammen. Was ja auch im Prinzip so mit dem übereinstimmt, was ich gesagt habe, die Dinger, je kleiner das Epsilon wird, desto stärker sind die um den Nullpunkt konzentriert. Ich würde tatsächlich den Beweis gerne noch machen, weil der ist nicht, der ist nicht schwierig. Also Beweis von 1 und 2 ist halt einfach, weil ist für Rho so. Also 1 und 2 folgt aus den Eigenschaften für Rho. Und 3 und 4 muss man halt einfach nachrechnen. Also drittens läuft folgendermaßen. Wir wissen, der Träger von Rho ist enthalten in minus 1,1. Das heißt, Rho Epsilon von plus minus Epsilon. Was ist das? Das ist 1 durch Epsilon mal Rho von T, also plus minus Epsilon durch Epsilon. Also plus minus 1. Das ist auf jeden Fall Null. Weil an den Stellen, das sind gerade die Randpunkte des maximalen Trägers. So, das heißt, wir haben schon mal die Randstellen gefunden. Also minus Epsilon und Epsilon scheinen schon mal gut zu sein. Jetzt müssen wir nur noch argumentieren, dass das außerhalb Null ist. Also wir nehmen uns mal einen Betrag T, T, so dass der Betrag T größer ist als Epsilon. Dann wissen wir natürlich, dass der Betrag von T durch Epsilon an der Stelle größer als 1 ist. Wenn der Betrag T größer als Epsilon ist, kann dieser Bruch nicht plötzlich kleiner gleich 1 sein. So, dann kann ich das einsetzen. Das heißt, ich habe Rho Epsilon von T für diese T. Das ist nichts anderes als 1 durch Epsilon mal Rho von T durch Epsilon. und hier wissen wir, das ist betraglich größer als 1. Das heißt, wird durch dieses Rho auf Null abgebildet. Und damit sind wir bei Null. Und damit wissen wir, unabhängig davon, was die Funktion für Betrag T kleiner gleich Epsilon macht, dass der Träger von dem Rho Epsilon irgendwo in dem Intervall minus Epsilon Epsilon also in dem U Epsilon von Null, wenn man so möchte. B Epsilon. Und jetzt müssen wir noch das Integral nachrechnen. Das ist einfach eine Substitution. Das ist jetzt nichts Dramatisches. Wir setzen an, Integral Rho Epsilon von T ist gleich, einfach die Definition eingesetzt, 1 durch Epsilon dürfen wir rausballern. Das Integral von R über R zieht sich auf den Träger zusammen. Das ist minus Epsilon bis Epsilon. Rho von T durch Epsilon. Und jetzt substituieren wir einfach T S gleich T durch Epsilon. Wodurch dann DS dargestellt wird als 1 durch Epsilon mal DT. Und wenn ich die Grenzen einsetze, dann transformiere ich das Integral gerade auf das Integral von minus 1 bis 1. Das 1 durch Epsilon hier vorne bleibt mir natürlich erhalten. So, und hier kriege ich dann Rho von S. Aber ich muss halt bei dem DT mit Epsilon DS durchskalieren. So. Das heißt, wir sehen dieses Epsilon, dieses 1 durch Epsilon canceln raus. Das ist das Integral von minus 1 bis 1 Rho von S DS. Und das ist ja nichts anderes, weil das der Träger, weil der Träger hier drin enthalten ist als das Ganzraumintegral. Und das ist aber, weil Rho ja aus D Schlange ist, gleich 1. Und damit haben wir also gesehen, okay, diese Skalierung dieses Rho Epsilons ändert an dem Integral nichts. Das heißt, wir haben auch weiterhin sozusagen, wenn das Epsilon kleiner ist als 1, haben wir weiterhin Funktionen aus D Schlange. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Genau. Damit ist der Beweis fertig. Das Video ist vorbei. Und nächstes Mal gucken wir uns dann an, wie diese Geometrie der Abschneidefunktion zustande kommt, beziehungsweise wie halt diese Dinger sich genau verhalten an den Stellen A und B. Gut, dann bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Hoffentlich hat er ein wenig Vergnügen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, Macht's gut. Tschüss.